So, jetzt ist es ein paar Stunden später. Wir haben es Mittagszeit und hier nochmal der gleiche Blick über den wunderschönen Tegernsee. Mittlerweile ist die Sonne herausgekommen und ihr seht das Tegernseertal, den wunderschönen Tegernsee, mitten in der Sonne bei minus 8 Grad. Herrlicher Schnee überall. Die Landschaft ist tiefer schneit, beste Skifahrbedingungen. So, hier ein Blick wieder bei den Ort Tegernsee. Und da hinten liegt das herzogliche Brauchhaus und da gehe ich jetzt noch auf eine Mittagsjause hin. Servus!